in diesem video geht es um den mathematischen folgenbegriff und die ersten ideen dazu und fangen an mit einer kleinen definition was überhaupt eine folge ist was eine reelle folge ist da wir sagen eine reelle folge ist eine funktion von den natürlichen zahlen n in die reellen zahlen r das ganze kann man natürlich auch für komplexe zahlen machen die wir später angucken werden dann würde man entsprechend komplexe folgen bekommen auch als abbildung von den natürlichen zahlen dann die komplexen zahlen man hat eine spezielle notation typischerweise man nennt so eine reelle folge dann a n mit n aus n typischerweise mit solchen klammern notiert und hier auf der rechten seite sehen wir schon ein beispiel für eine eine solche folge hier ist es eben so dass das für jeden für jede natürliche zahl wird genau eine reelle zahl definiert also hier für die 0 die 1 für die 1 die 0,5 und so weiter das ist die folge ein halb hoch jetzt kann man sich natürlich fragen warum betrachtet man solche folgen überhaupt warum ist es spannend mal eine abbildung zu betrachten die von den natürlichen zahlen die reellen zahlen abbilden und auf der einen seite haben die direkt anwendungen solche abbildungen zum beispiel in informatik wenn sie sich vorstellen sie möchten die laufzeit einer funktion 1 proms betrachten dann ist die typischerweise abhängig von der von der eingabe größe und diese eingabe größe ist typischerweise etwas diskretes so was wie anzahl der einträge in einer in einer liste oder so etwas und typischerweise wenn man da die laufzeit betrachten möchte dann ist man sogar nur an der größenordnung interessiert und dann werden sie solche 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 aussagen finden wie zum beispiel dass binäre suche eine laufzeit hat die in der größenordnung von o von log n liegt das bedeutet dann von der idee dass wenn wenn sie eine gewisse eingabe größe haben eine diskrete eingabe größe eine liste jetzt das ist da dass da die laufzeit zum finden eines einzelnen eintrags in einer liste falls diese liste sortiert ist dass die dann logarithmische größenordnung hat also in der informatik hat man das häufiger mal dass man ebenso diskrete eingabe größen hat zum beispiel im jahr anzahl anzahl der daten die man betrachten möchte in der mathematik selber natürlich auch da gibt es häufig verfahren zur approximation einer lösung weil 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 man nicht direkt berechnen sondern nur nur approximieren kann es sind mehr rische verfahren zum beispiel das newton verfahren das immer wieder so also eine neue iteration macht und wo man jedes mal einen neuen wert bekommt auch da hat man diskrete anzahl an schritten und für jeden schritt bekommt man dann einen neuen wert auch da spielen folgen eine rolle oder auch bei der modellierung von populationen so zuzug und wegzug von leuten die leute werden typischerweise nicht geteilt also da guckt man auch bei jedem schritt wie viele leute sind da und da taucht das auch entsprechend auf wenn sie auf ihr konto gucken da möchten sie vielleicht auch wissen immer am jahresanfang wie ist da der kontostand da haben wir auch so diskrete schritte die man anguckt also diese folgen an sich als als untersuchungsobjekt sind schon spannend es gibt noch eine weitere besonderheit warum wir die hier besonders betrachten werden und zwar bilden die die basis für die definition des konvergenzbegriffes den wir später für die differenzial und integral rechnung für die reellen funktionen brauchen werden also wir werden hier den konvergenzbegriff für die folgen einführen um den dann später für die differenzial rechnung integral rechnung verwenden zu können hier an der stelle sehen sie ebenfalls so eine also eine folge das ist jetzt die folge 1 minus 1 durch n und die steigt eben diese eigenschaften der folgen wenn wir später noch mal angucken eine notationsfrage oder eine geschmacksfrage ist ein bisschen ob man bei 0 oder 1 startet und typischerweise ist die antwort das hängt davon ab da wir die folgen als abbildungen von den natürlichen zahlen in die reellen zahlen betrachten wenn wir typischerweise bei 0 starten als natürlicher zahls kleinste natürlicher zahl es kann aber immer mal sein dass eine solche folge nicht definiert wäre aufgrund der des des termes der diese folge definiert für einen startwert n gleich 0 und dann würde man entsprechend bei 1 anfangen das sollte immer aus dem zusammenhang klar werden und die daumen regel wie hier verwenden werden ist dass wir immer bei 0 starten lassen wenn sie der ort für 0 definiert werden wenn der ausdruck 0 definiert wäre und sonst lassen sie bei 1 starten gucken wir das beispiel an wir haben eine folge a n und dies definiert als 1 minus 1 durch n wenn wir hierfür dieses n wenn wir dann 0 einsetzen würden würden wir durch null teilen das wäre nicht definiert das heißt für n gleich 0 ist diese diese folge nicht definiert das heißt wir fangen für diese a n fangen wir erst bei 1 an und rechnen dann 1 minus 1 durch 1 und das ist 0 und deswegen haben wir den ersten wert bei der folge b n ist es aber anders da ist es ein halb hoch n ein halb hoch null ist aber definiert als 1 und hier können wir eben deswegen bei null anfangen und haben den ersten folgenwert für a 0 es soll aber immer aus dem zusammenhang klar sein und zum abschluss noch ein paar notationen zu folgen die sie hier bei den beispielen schon gesehen haben typischerweise bezeichnet man folgen mit klein buchstaben einem index also zum beispiel a n oder b n oder so etwas und verschiedene arten wie man eine solche folge definieren kann erste einfachste möglichkeit ist natürlich durch auflistung der elemente das wird aber eher selten gemacht also man hat wirklich feste datenwert und davon auch nur endlich viele die zweite möglichkeit ist rekursiv das könnte zum beispiel so eine rekursive definition sein dass man sagt das ende folgen glied a n ergibt sich aus der berechnungsvorschrift dass man das in minus erste folgen glied nimmt also a n minus 1 und dann das ganze halbiert und dann muss man immer noch angeben mit welchem startwert man startet also zum beispiel an 0 gleich eins setzen und dann kann man sagen na ja dann bekommt man jeweils das nächste folgen glied nach dieser berechnungsvorschrift das eine möglichkeit es gibt viele interessante folgen die auf diese ward auf diese art definiert sind wir werden typischerweise so eine explizite definition verwenden und dann zum beispiel explizit sagen also nicht durch rekursion auf ein vorheriges element sondern explizit sagen dass zum beispiel an gleich ein halb hoch n ist und tatsächlich ist es auch so dass dass diese beiden definitionen also die und die die gleiche folge liefern gut hier auf der rechten seite sehen sie noch mal die folge 2 hoch n dass eben eine folge die sehr stark steigt und zweiteres beispiel um schon mal ein paar folgen gesehen zu haben diese stark steigende folge ist zum beispiel ebenfalls in der informatik interessant wenn sie so eine eine folge haben die in so einer größenordnung von 2 hoch n ist und das wäre dann die laufzeit und n ist die größe der der eingabedaten dann würde man schon erkennen dass selbst eine geringe steigung der der eingabedaten schon zu einem enormen zuwachs der laufzeiten führen würde und das ist natürlich dann besonders problematisch was die laufzeit angeht also hier kommen solche folgen zum beispiel dann zum tragen in der informatik